Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal und wir schauen heute beste Clips der Woche Twitch Clips Germany Uncut Folge 79 und wir sehen hier schon den geilsten VTube Avatar oder das geilste VTube Model auf ganz Twitch. Da bin ich ja mal sehr gespannt wie diese Folge wird. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Let's pop in. Ich habe gehört, dass du helfen. Halt die Klappe, du bist laut. So, guck mal rein. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge Twitch Clips Germany. Viel Spaß. Hat geklappt. War das gut? War das okay? War okay. Ist drin. War okay. Okay. Hast du vorhin gemacht. Aber wisst ihr was? Komm, komm, mach mir einfach alle gemeinsam Scheiß drauf. Komm mal, alle schön. Lemminge. Es sind Lemminge. Und hier an die Klippe. Würdest du das etwa auch machen? Ja. Hi. Ich sag ja, alles Lemminge. Oh, wie könnte ich auch mal wieder. Wann machen die das endlich mal kostenlos? Wann machen die das endlich mal kostenlos? Ich will kein... Ich will nicht bezahlen dafür, weil ich eh nur wenig spielen könnte. Ist sehr schade. Ja, muss ich doch Guild Wars 2 spielen. Selbst dazu komme ich nicht. Patty! Diablo 4 muss ich auch mal wieder spielen. Mann, 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 Mann. Ich komme zu nix. Ich will auch endlich mit... 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 Dings anfangen. Starfield. Und mit Lies of Pi. Und ich will noch Elden Ring spielen endlich. Und ich will Dungeons 4 spielen. Was auch auf meinem PC anscheinend gar nicht laufen wird. Bei Mindestanforderungen sind 4 GB Video-Speicher. Und ich habe ja nur 3. Und noch so viele andere Spiele. Ich hoffe, ihr habt zu... Wo so ein Kuhhaufen da jetzt liegt. Da lebt noch einer. Jetzt sehen wir. Was denn aufs Mach hier, ey? Ich bin so dumm. Einsicht und so? Ja. Ich hoffe, auch die letzte Reihe da. Wer... Äh... So. Bitte? Bitte? Danke. Was? So. Ludo, komm du doch vielleicht mal ein Stückchen her. Du hast es mit den Ohren. Was hast du denn gesagt? Und die Brille ist hoffentlich auch... Was? Komm hier hin, du. Ich... Ich soll... Woran? Oh, Gottes Willen. Ins tiefste Loch. Ach so, ich soll nach vorne, meine Sacktelstuch. Hier hin. Ja. Hier noch ein Platz. Okay, ihr habt auf jeden Fall schon mal gute Laune. Das finde ich sehr gut, weil... Wir wollen auf jeden Fall eine Fahrschule sein, wo das nicht einfach nur stumpf runtergerattert wird und dann... Das war eine sehr große Fahrschule dann, oder? Dann ja sehr viele Leute nach Hause gehen. Nein, wir wollen auch ein bisschen Spaß dabei haben. Einmal den Schwanz in den Kaffee rein. Könnt ihr das bitte klippen? Ich hab jetzt... Noch seh ich die Wand nicht. Noch habt ihr Zeit. Ach ja. Dings. Ähm... Marbles on streamen oder so, ne? Ich hab nichts gesagt. Ihr habt überhaupt keine Zeit. Oh mein Gott, rennt. Murmels. Murmeln. Rennt. Rennt. What the fuck? Woher? 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 Oh mein Gott, ihr werdet alle aufgegessen. Monster King! Noch seh ich die Wand nicht. Noch habt ihr Zeit. Wusch. Ui, warum? Eigentlich? Gepard. Gepard. Aber waren wir nicht schon bei Bikard? 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 Gepard? Gepard waren wir noch nicht. Geh lang. Gepard waren wir noch nicht. Was war das? Oh, da ist er. Was war das gerade? Bitte klipp. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist dir gerade aufgefallen, was du passiert hast? Was du? Hahaha. Ist dir gerade aufgefallen, was passiert ist? Nö. Du bist vorher in die Pfütze oder hast mich voll nass gemacht, du kleiner Ingo, du? Hahaha. Okay. Falls ich hier verrecke, ich esse ne Bohne. Ja. Hier entlang. Ich bin Hunger. Jetzt aber. Wo ist die Bohne? Wo ist die Bohne? Wo ist die Bohne? Wo ist die Bohne? Das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Ich wollte jetzt aber, dass die Mia ne Bohne isst. Ähm. Ich... Ich... Das... Ich... 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 Dann hat es schon reingedritten. Done with. Oh. Juhu. Headshots. Anni inflowUFFER. Alter, dann... Das war aber schlecht vom Gegner. Sie war ja doch beim Nachladen. One enemy remains. Fires done. Hahaha. Hahaha. Mach' auf An-Sack. er ist richtig weise beschrieben wie ein schloss funktioniert ich hätte bitte jetzt noch mal genau so eine anleitung wie man eine tür zu macht so dosen mais mit der grünen der grüne meist ich die lohrung weiß auch nicht was man kann man irgendjemand dem minecart sagen dass das nicht richtig ist was das was es da tut jetzt ist wieder drauf also jetzt ja jetzt geht es jetzt ist okay wie viele wie viele schreibweisen von chameleon wollt ihr mit haben chameleon 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 ihr wisst alle nicht wie man das heißt schaameleon hat doch schameleon schreibt man das ich kann das alles nicht mehr es heißt hier ist offenzial die heißen nicht kapo suchos sondern hast du suchos genau die suchen nämlich immer briefe weil die die immer verlegen und ihre pakete ebenfalls deswegen sind das sind bei dhl posto suchos das sind ich bin ich bring mich selber raus ok ich wollte schon immer mal über die motorhaube rutschen ja und jetzt rauf da wir sind ein doch alter wie wie transport gut gemacht platz sparend ja festgezurrt und jetzt abfahrt und dann hast du eine ladung verloren elki nein was nein die ist drauf ich fahr hier richtig mit sein kalt verloren könnt ihr auch mal wieder spielen könnt ihr überall mit hinnehmen draußen auf der straße im bus lauft ihr so schön mit eurem kaffee und dann ich finde es eine marktlücke nehme die und dringeln sie ein und dann wird den ganz wach so mache ich das auch immer und das ist fantastisch verwandelt und einige officer sind verletzt sie kümmern sich darum wir müssen sofort zurück einige officer sind verletzt ja sage sie schlafen nur sie sind einfach ein bisschen verletzt ja nur ein bisschen bleiben wir stehen wenn wir mal gucken was wird das ist dazu auf dem foto drauf simulieren alle nur ich spreche meine träume der neue schnack ja 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 Und wenn ich aufwach und die Sonne wieder lacht, dann hab ich gute Laune und ich fühle mich so wach. Dann kann ich rausgehen und kann noch ein bisschen aufdrehen für die Leute oder für dich oder mich. Also Döner ist halt Salat, nur ein bisschen anders. Hier ist wieder Party. Warte, ich werde mal die Party auflösen. Ja. Obacht, ich habe eine Medic Gun. Ja. Vorsicht, Vorsicht, jetzt wird's gefährlich. Ich bin nämlich Arzt. Ja, ja. Ja, die haben eine Arztphobie, die haben Angst vor Ärzten. Das war freudig. Und dann ist der so rausgewachsen und abgefallen und dann war der Finger so nackig und hatte keinen Fingernagel. Das war eklig. Also er bröselt irgendwie sehr auseinander. Ja, weil der nicht im Kühlschrank war, aber wir machen ihn einfach gefügig. Passt schon. War das süß? Was war das denn? Sie wollte ihn gefügig machen, aber ich glaube, naja, da macht der Take eher sie gefügig. Was ist das? Was ist das? Schimmeliger Stein! Ja, genau. Ähm. Rieper. Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Nein! Ja, ist okay. Es geht, das kann ich aushalten. Es darf mir nur nichts mehr ins Gesicht spüren. Nun. Das war knapp gewesen, du. Nein, ich guck an! Du wolltest schon los schreien. Ich hab's gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen runter geholt habe. Äh. Das vergisst man noch nicht. Aus dem Orbit. Entschuldigung. Ja, das hört sich wieder bescheuert an. Icarus, das gibt's noch. Hab ich einen beigerufen. Gibt's das echt noch? Das ist die wichtigste deutsche Sprache, um zu wissen. Sprich Deutsch! Du, Hurensohn! Ja. Listen and repeat. Ja. Listen and repeat. Guck mal, warum werden Angestellte regelmäßig... Also... Der Rat hat so diese Liste an Sachen runter und dann... Und Frauen werden... Und Männer... Angestellte werden regelmäßig mit Flaschen... Warum werden Angestellte mit Flaschen beworfen? Was ist das denn für ein weirder... Warum denn nicht? King. Ähm. Sowas hab ich nicht. Ähm. Ich bin nicht angestellt bei Blizzard. Und ihr habt mich nicht grad mit einer Flasche beworfen. Nicht euer Ernst! Ich kann... Ich bin angestellt bei Something... ...mit einem creepy, creepy Face. Ein trockenkroster Döltchen. Matti, sie hat dich gemeint. Also hinter meiner Kamera ist auch gar kein gruseliges Gesicht oder so. Die wusste nur, als sie das aufgenommen hat, wusste sie, dass beim Reakten meine Kamera an der Stelle ist. Jeder weiß das. Ihnen hat sie gesagt, dass da ein creepy Face ist. Ja. Ach, die Gott, da sind sie süß. Okay, ich muss jetzt auf die Otter achten. Halten sie Händchen. Nein. Nein. Oh, er guckt so verwirrt. Haltet Händchen. Ja, er nimmt die. Er hat gerade... Er leckt ihm die Füße ab, das ist widerlich. Aber auch so süß. Der muss ja auch putzen, ne? Aber der andere schläft dabei ein, also ist es irgendwie okay, I guess. So klingen Füchse denn. Komische Füchse. Und Yuki, was baust du dir im Privaten so auf? Mit was machst du dich selbstständig? Naja, ich sitze am PC und mache die ganze Zeit... Aber nicht auf Twitch. Scheinbar unsere Dive Cave endlich gefunden. Das ist doch schon mal gut. Gleich fällt er rein. Das ist kein Dive mehr, das ist sicher... Oh ey, das ist ja voll geil. Ja, hier ist mega nice. Ja, ich wusste's. Dumme Sau! Und Creeper. Jawohl. Schön. Du Schwein, du Gottverdammt. Bitte, ich kann dich gar nicht verstehen, so laut. Weiß. Aber ich... Die sind aber nicht von Green Force, oder? Ob ich jetzt Salz hin... Ah, da. Ah! Hat Salz nur noch zwei Aufladungen? Frech. Er hat keine Fußspuren. Ich glaube, ich habe das perfekte Foto. What the... Ja, gut geteilt. Danke, helft mir mal weiter. Wenn das Dive keine Fußspuren hat, ist es dann nicht... Ich mache hart AI, okay? Ich gebe euch einen harten. So. Nachher macht die Ente uns alle platt. Wenn du da so oft keine nicht im Morgen haben. Ich kann's euch jetzt auflösen. Ich habe einen neuen Werbepartner, wie die 40, ohne mich quietschen keine, wenn's mehr... Ich möchte heute Nacht mit dir zusammen sein. Ich möchte heute Nacht mit dir zusammen sein. Ich habe nicht die... Ja, gut. Tschüss. Ja, gut. Okay. Ich... Es ist vollbrach, er hat die Macht. Uns gehört erst die... Du hast zugleich... Es ist die lange Zeit, sie... Kannst du nicht woanders blöd sein? Nein, sie... Moment, ich... Was machst du? Das ist alle... Boah, okay, wer kann das? Keiner. Niemand. Niemand kann das. Und niemand will das können, Matteo. Oh mein Herz. Boah, Digga, das ist ja ekelhaft. Ja, sag ich doch. Das kann niemand. Iiii. Das ist nicht Boomer. Boomer ist der... Nee, das... Das kann ich nicht. Äh, da... Ich glaub... Ich glaub, die Auszeichnung mit die gelenkigste Streamerin von TCG, die hat aber jetzt Matteo. Die können Matteo gratulieren, weil das kann ich... Das kann ich... Warte, wie rum hat er das... So? So ist doch... Warum führen wir nicht das Herz ein? Nee, warte, der hat das so gemacht? Und dann die dahinter so, ne? Ihr dürft jetzt Matteo gratulieren. Matteo ist jetzt offiziell die gelenkigste Streamerin von Twitch Clips Germany. Das hat sie als Baby schon gemacht. Das hat sie als Baby schon gemacht. Nein. Necro, rette mich, necro, komm mit mir, Junge. Rette mich, ja, was? Jo. Oh, oh, Mann. Necro, komm mit. Necro, komm mit. Oh, oh, die deline. Oh. Oh, oh. muss ich auch bei spielen also glasfaser ist also wenn jetzt wenn also das ist also wenn normales schnelligkeit 200 megabyte internet so ist dann ist glasfaser unterschied gemerkt normales demikon können wir hier in deutschland nicht von mitreden glasfaser das ist der unterschied wollte nur erzählen wegen der texturen in der welt rum ja aber dir wird jeder erzählen dass das daran nicht dass ich was falsch einstelle und das stimmt auch also diese diese steine die darum fliegen und hier die sachen die dann so falsch gerendert sind ich zeige euch das mal kurz diese steine die hier drüber schweben gerade die sind mit der einstellung weg einstellungen video und dann hier die folie interruption muss mindestens auf 0,5 wurde geschrieben wir gehen mal auf 0,5 hoch sondern 0,51 wir speichern das es speichert etwas es leckt auf jeden fall wir gehen zurück ach die steine fliegen immer noch ja das ist deswegen weil auch wenn die einstellung hilft wird es nicht angenommen wenn ich sie ändere ist das nicht toll da kommen leute hin ich mache die einstellung falsch ich kann es halt nicht verstellen nicht verstellen nicht verstellen der ruhig haben diese leute keine nach jahren den steiner oben habe ich schon gesehen leute ich habe schon mal ein darkshops gespielt ich habe nichts gesagt okay weil nach einem treff doch hast du haben es gehört aber sofort mein gott ich kann noch nicht warten stirbt jetzt noch mal schade guck mal bis zu denen bist du gar nicht gekommen hier ne also ich habe nichts abgebaut weil ich noch keine spitzer gehabt aber ich baue auch nichts am spawn abwählen alter was ist das denn für eine krasse spalte hier ist leute guck dir den stream was hast du doch mit absicht gesagt Oben links ist meine Schwachstelle. Das hier ist meine Schokoseite. Das hier. Nein, ich wollte gerade meine Schokoseite zeigen, Meister. Was soll das denn? Sie existiert nicht, die Schokoseite. Warum seid ihr so? Der war gut. Meine Schokoseite ist so, oder? Hallöchen. Ihr Schnuckelige. So, ne? Der war richtig gut. Du blödes Arschloch. Ich wollte gerade... ...hört, wie du auf deinem Ding kaust. Ich lutsch dran. Oh, nein, ich hätte das nicht so... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Halt, ich habe die Heilung zufällig. Hit. Es brennt schon. Da ist mal ein Dabbel. All right. Woohoo. Möhm, möhm, möhm. GG, GG. Oh, yeah. Ja, das war die Twitch Clips Germany an Cut-Folge. Ähm, lass doch mal ein Like da. Schaut auf jeden Fall auch das Original-Video, ne? Wie immer in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.